Entschuldigung, kann ich Sie mal kurz was fragen? Hi, wir haben hier ein paar Fragen zum Integrationstest. Dürfen wir die kurz stellen? Integrationstest. Ja, klar, klar. Warte kurz. Das sind so ein paar ganz allgemeine Fragen, ganz einfach. Der erste wäre zum Beispiel, wer ist Deutschlands Bundeskanzler? Das ist der ... Passei, ruhig, warte. Irgendwas, Angelo ... Angelo Merte. Angelo Merte. Ja, das ist fast korrekt. Naja, wir versuchen es mal weiter. Wer war denn ... Angela Merkel wäre richtig gewesen übrigens. Kann ich den fragen? Wer ist der König von Deutschland? Ja, der sagt auch Angelo. Angelo. Angelo, ja, ja. Das ist brutal, ey. Wer war denn vor Angelo, er hatte Bundeskanzler in Deutschland? Äh ... vor ... Boah, ich glaube, ich habe kein ... Aber ... Kann sein ... Hitler? Kann das sein? Hitler? Kann ich den noch fragen, ey? Der weiß alles immer, ey. Hey, yo. War das Hitler, der vor Angelo? Vor Angelo war Hitler, gell? Ja. Boah, ey. Alle fragen gerade richtig, ey. Warte, bleib noch dran. Du kannst mir helfen, ey, wenn's gut läuft. Ja, ich sag das. Ich sag das. Wann war denn der Mauerfall? Was war? Der Mauerfall in Deutschland. Der will mich verarschen, alter. Der will mich verarschen, alter. Der will mich verarschen, alter. Wie viele Bundesländer gibt's denn in Deutschland? Drei. Ohne Telefonjoker? Wie viele Länder hat er in Deutschland? Was für 20er, was laberst du? Ich hab drei gesagt. Keine Ahnung, alter. Sag einfach in den Saal. Ja. Ja. Drei. Alles klar. Was ist denn die Hauptstadt von Deutschland? Boah, ey, du kommst mir immer zu tricky Fragen, ey. Boah, ich war letztmal dort. Ich hab keinen Joker mehr, gell? Boah, der hat mich grad, ey, der hat mich grad, ey. Hey. Luxemburg. Hey, hey. Boah, ey. Der hat mich verarscht. Ey, warte mal, warte mal, hör mal auf mit dem Scheiß. Warte mal. Ich ruf dich gleich zurück. Die Hauptstadt ist Luxemburg. Lass dich jetzt mal so durchgehen. Wir haben aber noch eine. Wie viele Einwohner hat Deutschland denn? Boah, ey, Mathematik, immer Mathematik, überall Mathematik, ey. Mit allen, ganz Europa. Ja, ganz Deutschland. Aber mit EU. Ja, ohne EU, also nur deutscher Teil. 20.000, 30.000, so Pipa Pop, so 30.000. Alles klar. Hey, keine Ahnung, ey. Ich war schlecht in Mathematik. Verstehst du, was ich meine, alter, ey? Du kannst mich fragen, wer ist eine Frau von Brad Pitt oder so, weißt du? Aber, ey, ich hab keine Ahnung von Zahlen. Hey, hey, yo. Wer ist denn die Frau von Brad Pitt? Da, Sandra Bullock. Du bist ein Arschloch, ey. Du hast mich immer an den Eiern, ey. Der hat mich immer an den Eiern, ey. Ich hab aber nur noch eins, ey. Das waren jetzt so ein paar Beispielfragen für den neuen Integrationstest. Mussten sie denn auch schon machen? Tests oder was? Es gibt tausend Tests, alter. Auf Hauptschule halt nur Tests. Mathe-Tests, Deutsch-Tests, nur Tests. Aber die sind alle dumm, weißt du, die haben keinen Plan von Leben. Die fanden, wie schreibt man das? Was juckt mich das, wie man das schreibt, ey? Was laberst du? Ich hab immer zu einem Lerner gesagt, was laberst du? Hast du überhaupt gelernt? Hab ich immer zu dem gesagt. Hast du überhaupt gelernt, alter? Was laberst du? Na klar ist das gut, wenn du Tests machst. Du musst immer wissen, wo, pipapo. Ich hab auch eine Aufgabe, weißt du? Helfen. Was machen Sie denn zum Beispiel, um sich zu integrieren? Ich hab viel gemacht, ey. Bei uns ist es normal, ich schlag meine Frau. Ich hab die nicht mehr jetzt, bestimmt zwei Monate. Ja, ich sag dir ehrlich, ich hab die nicht mehr. Ich hab zum Beispiel auch, weißt du, weil Nachbarn, die sagen, oh, der Ausländer ist dumm, weißt du? Der schlägt seine Frau, was schlägt meine Frau? Ich hab die nicht mehr geschlagen jetzt seit zwei Monaten. Was mach ich noch, André? Ja, ich hab, ich trink Bier. Ich hab davor immer Wodka. Ich trink Bier. Mit meinen Nachbarn. Das ist ziemlich gut. Finden Sie denn, dass der Integration das Sinn macht? Sollte man den einführen? Ja, super, ey. Du musst immer gucken, dass in Deutschland, wo du lebst, respektier dein Land, weißt du? Respektier dein Mensch und test. Wie heißt das Wort da? Intention. Intention. Das ist immer gut, weißt du? Es ist immer gut, wenn du weißt, wohin. Wenn ich nicht weiß, dass hier ein Gerät ist, dann lauf ich dagegen. Wenn ich weiß, ich muss vorbei, dann gehst du vorbei, ey. Was labert der, ey? Boah. Aber geile Kamera, die Steuer, die Steuer, gell? Ja. Aber ich muss gehen, ich muss den Anruf, ey. Alles klar. Ja, vielen Dank. Kein Ding, ey. Nächstes Mal, wenn du mich siehst, nochmal, ne? Ja, nein, nein, nein. Ja, nein, nein. Ja, nein, nein.